Ich halte sie nur fest. Scheiße, das ist geil. Ja fuck Er nimmt sogar auf so viel Angewalt er hat Warte Lass die Katze mal ruhe Alles oh Ne Scheiß was geht denn mit Katze das Es ist eine arme gequälte Tierheim Katze sie leider immer aggressiv wird wenn man es einfach in auf den armen nimmt du musst sie einfach nur festhalten und schon geht's ab weil diese gut geschmeckt haben der krille krill ist noch warm werden ist so jetzt komm coole katze oder bist du aus die